Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Video auf meinem Kanal. Weiter geht's am heutigen 14. Dezember mit dem 14 Türchen hier im Lego City Adventskalender. Wir machen es auf und holen raus ein Tisch mit einer Kerze oder einem Teelicht wahrscheinlich mal, einem Keks und das andere soll wohl Milch sein. Wahrscheinlich für den Weihnachtsmann. Hat ja mal Milch und Kekse rausgestellt. So, schauen wir mal. So, das ist die Tischplatte, das ist die Bodenplatte. Dann so. Die Mitte hat den Tisch gestehen. Dann kommt dann, ob das hier so ein Milch sein. Gehe ich mal von außen. Oh Gott. So, dann zerfällt schon alles in seine Einzelteile hier. Ich muss euch erst den Tisch decken sollen und dann den auf die Tischplatte machen wir jetzt auch mal. Ich nehme mal runter von dem Tischbein. So, da und dann Kerzen. Ich nehme mal von der Größe her, weil es gibt dort ein extra Kerzenbuch. So, würde ich es eher als ein Teelicht bezeichnen. Von der Größe her. So, und einmal so einen weißen Einer hier. Der ist mir irgendwie vom Tisch gefallen. Den gibt es als Ersatz mit drin. Komm ich da jetzt schnell dran. Ne, keine Ahnung, wo der hingebricht. Irgendwo wie die Couch oder so irgendwas. Dann so einen durchsichtigen, runden Einser. Ein Cookie ist als Ersatz mit drin. Und eine Flamme und eine Flamme. An der Nachzeite kommt auf die Seite. Der Müll auch weg. Und das ist das heutige. Der heutige Geinhalt. Einmal Milch und Kekse. Und ein kleines Teelicht für den Weihnachtsmann. Auf einheitlich. Das ist das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr mich in meinem Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ja. Und dann wählt ihr doch meine anderen beiden Abendskalender-Videos. Das wäre der Lego Star Wars Abendskalender und der Lego Harry Potter Abendskalender. Schaut da gerne mal rein. Würde mich sehr darüber freuen. Und würde euch vielleicht danke fürs Einschalten. Und bis morgen. Macht's gut, Leute. Ciao.